Herzlich Willkommen, meine lieben Freunde des gediegelnden Fußballs, heute mal wieder mit einem kleinen YouTube-Video von mir. Ja, 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 es ist unglaublich, aber ich hab einfach mal Bock und es geht ja eigentlich relativ flott. Denn ich möchte, hi, hey, der Witzka, sie ist sogar gereimt, seht ihr, Reimer, morgen wird Reimkummer umsorgen, würde ich mal sagen. Ich habe in den letzten Streams dieses Team gebaut, beziehungsweise mir bauen lassen, als ich Besuch von Abonnenten von euch hatte hier, ne, von einer Woche. Und ich hatte den Krischi Blocko, oder wie auch immer heißen mag, ich nenne ihn einfach Krischi Blocka, gewöhnt euch bitte dran, nicht wundern, hier jetzt in der Folge. Im Stream mache ich es immer genauso, Krischi Blocka, gezogen, ne, der gute Herr. Wir gucken uns mal kurz seine Werte an, 67 Tempo, 74 Schießen, 65 Dribbling und 66 Physis. Ja, ne, das ist eigentlich gar nicht mal so gut, aber wenn wir uns jetzt mal seine Statistik angucken. Der gute Herr ist 1,92, Midi, Midi, Real Grades, 3 Sterne, schwacher Fuß, 2 Sterne Spezial, Bewegung, 10 Spiele, 14 Tore, 2 Vorlagen. Ihr dürft euch jetzt nicht wundern, dass dieselbe Statistik ist, wie die, die ich euch nach dem Spiel zeige. Er hat mir die Voraufnahme zerschossen, deswegen hat Lappe auch schon die rote Karte, habe ich jetzt hier ein bisschen gespoilert. Lässt sich jetzt nicht großartig vermeiden, aber wir werden jetzt ein kleines Experiment machen. Und zwar, wie gut funktioniert dieser Herr, wenn wir gegen eine relativ angenehme Mannschaft spielen und wir spielen gegen eine wirklich starke Mannschaft. Also, seid gespannt, wir sehen uns gleich wieder im Ladescreen. Und ich hoffe, ich kann euch mal wieder dazu ein bisschen animieren, hier mit Silberspielern rumzuhandieren. Gönnt euch, bis gleich. Das hier ist also unser Gegner, gegen den wir spielen. Ach, du grüne Neune. What the fuck, das gibt's doch gar nicht. So. Oi, da haben wir schon mal den ersten Schuss gesehen. War anständig, war anständig. Falls ich jetzt nochmal jemanden fragen sollte, wo genau wir den Spieler herhaben oder warum ich auf die Idee gekommen bin, ihn überhaupt zu testen. Da kann man ja auch nochmal gerne kurz drauf eingehen, das ist ja überhaupt kein Thema. Ich habe ihn in einem ziemlich bescheidenen Silberpack gezogen, beim MLS-Tot. Da war er ja zeitgleich im Team der Woche. Habe ich mir halt gedacht, komm. Schöne Parade von Trap in Form. Können wir jetzt vielleicht ein Konter einleiten. Zack, zack, zack. Nein, was war denn das? Ja gut, äh, Klatt oder Cloutet oder wie auch immer heißen würde ich nennen. Jetzt aber Klatt, unser Außenverteidiger war das. Vorlage war jetzt auch gar nicht so beschissen. Ob Raniak oder Obranak, Obranak war es, so heißt er gut. Mit dem Longshot, aber auch eher suboptimal. Ui, da hat nicht viel gefehlt. Da hat er mal einen Schuss mit einem schwachen Fuß ausgepackt. Ich hoffe, wir können auch nochmal die Wiederholung sehen. Da war entweder sogar ein Spieler dran oder der Torwart. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ah, wir sehen leider nicht nochmal die Wiederholung. Schade. Ui, und Jirigu hier sehr stark rausgelaufen. Kann man nicht meckern. Es ist jetzt kein Bein, der Ball geht auf dem Lappa, dem Lappa. Wir kriegen den Elfmeter. Oh mein Gott, das ist der größte Fehler an diesem ganzen verkackten Spiel. Diese beschissenen KI-Elfmeter. So, er hat eigentlich nichts gemacht. So, ich wollte schießen. Er ist einfach nur zwischengelaufen. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber kann man dafür was? Darf ein Spiel solche Elfmeter pfeifen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Soll mir jetzt aber auch egal sein. Wir haben nämlich einen Elfmeter. Und dann schießen wir natürlich mit Krischblocker. Oder wie auch immer heißen mag. Krischblocker. Ich nenne ihn jetzt einfach Krischblocker. Das ist mir jetzt total, auch wenn er mit O am Ende heißt. Ich habe es schon beim Streaming gesagt. Für mich ist es Krischblocker. Oh, der sollte ganz gut kommen. Ui, Unterlatte drin. Gott, Gott, Gollasso. So muss er aussehen. Nicht schlecht geschossen. Kann man nicht meckern. Und jetzt gehen wir hier in einem sehr, sehr ausgeglichenen Spiel. Ein bisschen Unlucky in Führung. Da sehen wir es nochmal. Tack, Unterlatte drin. Ah, Jirigu, keine Chance. Ah, kann man Jirigu keinen Vorwurf machen. Was soll er da machen? Oh, er kann extrem viele Bälle noch mit der Brust annehmen. Der Pass war auch in Ordnung. Im Lapp. Oi. Oi, 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 oi. Ich hoffe, das gibt kein Rot. Ah, doch, das gibt Rot. Fuck it. Im Lapper. Wir haben noch einen Stürmer. Oh, wie dumm von mir. In der 44. Minute. Ich kriege halt nie rote Karten. Frag mich nicht, was mich da gerade geritten hat. Das war total dumm. Jetzt spielen wir hier gleich weiter. Es geht mit einer Einzelspitze. Ja, GG. Groß, Suriano, Tots einwechseln. Einfach, damit wir einen einige stärkeren Passgeber hier haben. Ich glaube, ich stelle die mal nach vorne mit in den Sturm. Dass wir hier keinen richtigen ZOM mehr haben. Suriano auch sehr langsam. Dafür relativ angenehme Passwerte. Also, dass wir vielleicht nochmal die Möglichkeit haben, unseren Stürmer ein bisschen besser zu füttern. Oh, Braniak. Er kommt. Oi. Wieder ein Elfmeter, oder? Ne, das ist noch ein Freistoß. Oder wie sieht das aus? Ja. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir mal probieren, mit ihm Freistoß zu schießen? Machen wir. Ei. Ich habe es gerade mit dem Curve-Freistoß versucht. Also, nicht LB. L1-3. Nein, jetzt ist er durch. Jetzt ist er durch. Oh, wieder Trap in Form mit einer Glanztat. Heidewitzger. Ja gut, das war nicht schlecht. Dass er da geahnt hat, dass er da einfach so die Beine zugestellt hat. Da kann man nicht meckern. Guckt euch das an. Also, jetzt gerade vom Aufbau. Ob er ab und zu jetzt so sehr die rote Karte rausgerissen hat, weiß ich nicht. Ui, jetzt setzt er hier nochmal durch. Fischeblocker. Ah. Fischeblocker. Nein. Oh, jetzt zieht er nochmal ins kurze Eck. Schöne Parade von Girigou. Da kann man nicht meckern. Ah, Fischeblocker kommt nicht dran. Nein. Ich habe gedacht, er spielt runter. War eigentlich die etwas sicherere Variante, als ihn da jetzt hier früh mit der Hacke durchzuspielen. Oh. Nein. Oh, abgefälscht. Ui, diese Grätsche war wichtig. Würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen. Der Ball geht auf Soriano. Und Fischeblocker mit dem Kopfball. Da hat er seine Größe ausgespielt. 2 zu 0 in der 90. Minute. Heidewitzka. Ein bisschen unlucky. Da hätte auch einer der anderen Bälle reingehen können. Aber wir sehen es hier nochmal. Soriano mit der sehr, sehr knappen Flanke. Girigou ein bisschen deplatziert. Und dann kommt Fischeblocker an. Und köpft den Ball einfach ins Tor. Nicht schlecht. Ich werde hier jetzt filmen. Fischeblocker finde ich cooler. Auch wenn ein Ohr am Ende ist. Wir gewinnen hier in diesem Experiment. So nenne ich es einfach mal. 2 zu 0. Kurz die Statistik jetzt nach dem Spiel zeigen. Dass ihr seht, dass ich hier wirklich nur eine Partie gespielt habe. 10 Spiele, 14 Tore, 2 Vorlagen. Da seht ihr nochmal die Werte. 67 Tempo. 74 Schießen. 65 Dribbling. 66 Füßes. 1,92. 2 Sterne Skills. 3 Sterne schwacher Fuß. Der gute ist 93er Jahrgang. Also knapp fast ein Jahr. Na, nicht mal ein halbes Jahr jünger als ich. Aber nichtsdestotrotz. Dieser scheinbar auch momentan 22. Ist nicht schlecht, was er macht. Mir gefällt er. Probiert ihn aus. Bis dahin. Euer Hahn. Tüdelü.